Im Südosten Brandenburgs befindet sich das UNESCO-Biosphärenreservat Spreewald. Das Venedig Brandenburgs bietet mit über 1500 Kilometer Wasserläufen eine traumhafte Region, die zu entspannten Kahnfahrten einladen. Zahlreiche Urlaubsangebote wie eine Radtour auf dem Gurkenradweg, Wandern in der Region oder Museumsbesuche machen den Spreewald zu einer der vielseitigsten Urlaubsregionen Deutschlands. Der Ort Lübben gilt als Familienparadies mit Wasserspielplatz. Die Stadt zwischen Ober- und Unterspraywald bietet mit seinem Schloss, einem Hügellabyrinth, Kletterwald oder einer Erlebniskanfahrt ein richtiges Spreewald-Abenteuer. Kulturfreunde werden vor allem in Cottbus glücklich. Das Stadtbild wird geprägt von fürstlichen Parkanlagen, mittelalterlichen Stadtmauern und dem schönsten Jugendstiltheater Europas. Das schöne Örtchen Lübbenau ist bekannt für seine historische Altstadt und das sehenswerte Schloss. Die Spreewald-Therme in Burg und das Tropical Islands in Kausnig bei Berlin sind beliebte Adressen für alle Thermenfreunde. An den Giebeln vieler Häuser lässt sich das Symbol zweiergekreuzter Schlangen entdecken. Laut einer sorbischen Saga steht es für den Schlangenkönig, der die Bewohner schützen soll. Viele weitere Sagen und Mythen über den Teufel, die Mittagsfrau, den Wassermann, die Lutki oder einen Glücksdrachen prägen das geheimnisvolle Bild des Spreewalds. Tauchen Sie ein in eine atemberaubende Welt aus verwunschenen Wasserwegen, büppigen Wäldern und malerischen Dörfern. Begeben Sie sich selbst auf eine Kahnfahrt, lassen Sie den Blick durch die märchenhafte Landschaft schweifen und von Ihrer Fantasie beflügeln. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Vielen Dank.